Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Vorsprechen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Spricht vor. Sprach vor. Hat vorgesprochen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich spreche vor. Du sprichst vor. Er spricht vor. Wir sprechen vor. Ihr sprecht vor. Sie sprechen vor. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich sprach vor. Du sprachst vor. Er sprach vor. Wir sprachen vor. Ihr spracht vor. Sie sprachen vor. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe vorgesprochen. Du hast vorgesprochen. Er hat vorgesprochen. Wir haben vorgesprochen. Ihr habt vorgesprochen. Sie haben vorgesprochen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich spreche vor. Du sprechst vor. Er spreche vor. Wir sprechen vor. Ihr sprechet vor. Sie sprechen vor. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich spreche vor. Du sprechst vor. Er spreche vor. Wir sprechen vor. Ihr sprechet vor. Sie sprechen vor. Den Schluss macht der Imperativ. Sprich vor. Sprich vor du. Sprechen vor wir. Sprecht von ihr. Sprechen vor sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb vorsprechen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Ich schneide. Vielen Dank.